Es ist nicht Alfreds erstes Mal. Er kennt die Regeln. Nach dem Anschließen an das Gerät geht alles ganz schnell. Jedenfalls fühlt es sich so an. Aber Zeit ist relativ. Es ist nicht unmoralisch. Hat das höchste Gericht vor Jahren entschieden. Gewiss, Fragen wirft, das Ganze schon auf. Seine Frau jedenfalls möchte es nicht ausprobieren. Und den Enkeln hat sie es verboten. Deswegen gab es schon manchen Streit. Es gibt Grenzen, sagt sie dann. Manche Grenzen soll man nicht überschreiten. Aber sie lässt ihn gewähren. Dabei müsste gerade sie ihn verstehen. Denn schließlich haben sie einander im Metaversum kennengelernt. Einem altmodischen Computerspiel, das der echten Welt nachempfunden war und eine virtuelle Realität schuf. Lange her. Alfred lächelt. Wenn die Menschen von damals wüsten. Als er die Augen öffnet, ziehen an ihm sanfte Hügel und Zypressen vorbei. So sah also die Toskana vor 100 Jahren aus. Die Person, die er diesmal erwischt hat, scheint ein junger Mann auf einem Fahrrad zu sein. Das wird wieder ein spannender Trip. heater lebt. Aber ich werde dir in großen Machpel haben, sod es also die Ähnung nachdem. Was über RUSsch ねn beeinträchtigt hat es nicht so. An receber er hier In dieser resultado